So, jetzt, Bremse. At Bridge, stand by. So. Skyrunner BC sagt, für den 264 ist dieses Game echt eine Meisterleistung gewesen. Deswegen hatte ich auch das im Kopf als eines meiner absoluten Lieblingsspiele. So. Lieber das so. Genau, das hast du. Weiterfeuern. Du musst erst mal in die Richtung kommen. That was close. We are hit. The engine is hit. Aber ich war effektiv eigentlich. Also ich hatte nicht so viele Schüsse verbrosselt. Aber es war einfach... Wollen wir mal tauschen? Ja. Du glaubst, du kannst es besser, Dennis. Dann jetzt bitte. Dann könnt ihr mal ausprobieren. Nein, um Gottes Willen. Ich habe das auch mit Markus gerne gespielt. Ja. Also insofern... Man denkt, du sagst, das ist echt was komplett anderes. Kein Rumgehüpfer oder so. Ja. Wie viele Spiele gibt es, wo man aus der Ego-Perspektive einen Zug steuern kann? Absolut Hammer, gang. So, Retrokiste TTV sagt, man muss eventuell erst das Schiff abschießen, welches aktuell schießt. Das könnte sein. Nur noch eine halbe Stunde. Ja. Ich sag's euch gleich, ich will da weit kommen. Ich will das am liebsten durchspielen. Ja, mal gucken, wie weit... Das ist auch kein Thema, aber ich will das eigentlich durchkriegen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen heute. Ja. Dream Spy, vielen Dank für die Bits. Lass mal die Jugend ran. Genau, weil ich ja so viel jünger bin. Mhm. Ein ganzes Jahrzehnt. Also wenn wir... Im richtigen... Wenn wir im Wechsel sind, ja. Gleich ein ganzes Jahrhundert. Der Markus sagt, da hat er ihm auch schon... Ja, 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 ja gesagt. So, Dennis. Einzelne Schüssel. Untertitelung des ZDF, 2020 So, der Typ langsamer auftauchen. Der Typ ist da, aber... Der Mond oben verändert sich. Ich achte auf dich, Dennis, dass ich... Ja, das war daneben. Mir ist es wichtiger, dass du nicht abgeschossen bist, bevor ich nach dem Mond gucke. Na? Das sieht gut aus. Na, da steht er schon. Ja, da steht schon die ganze Zeit, er ruckelt immer so weiter ein Stück. Jetzt läuft er. So, easy. Ja. Aber du warst, also du bist zwei Sekunden schneller als ich. Wenn ich mich recht habe, dann war ich bei 24. Klein-Botor. So. So. Bremse lösen. Dann... Muss ich irgendwelche Tasken gemerken oder bist du einfach safe? Ja. Ja. 1, 2, 3, 4 ist... Richtig. 1 und 2... 2 ist hinten. 3 ist Kabine und 4 ist Karte. Ja. Soweit habe ich es mir gemerkt. Ansonsten, da ist die Anleitung. Ja. Xander Taklis sagt nochmal, ich habe mir voll im Kopf, dass der sich auch bewegt hat, wenn man schießt. Hm. Der Typ. Ich kann es dir nicht anders sagen. Ich weiß es nicht. Also, so ging es auf jeden Fall. Du kannst eigentlich überhaupt nichts außer... Außer das, was wir schon gemacht haben. Ja. Jetzt gehen wir erstmal voll Stoff. Achtung gucken. Dennis, wenn man die Anleitung liest, weiß man es auch. Taking a bridge. You must take the enemy bridges. Attempting to run a bridge will end the game. Use joystick to aim your cannon fire button to shoot. If the boat that is currently firing should fire 7 shots before you destroy it, the game will be over. Man muss das, was gerade schießt, abschießen. Ja. Steht in der Anleitung. Okay. Und dann? Ich mag, dass du hier mit verschärftem Bedingungen mich hast spielen lassen. Ja, 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 ja. Du kennst das doch, das Spiel. Auswendig. Ja. Du hast das doch tausendmal durchgespielt. Ja. Ist klar. Und, mein lieber Alexander, du hast vollkommen recht. Le Ducke. Ne, hab ich gesagt, es geht total. Mal. Ja, ja, ja. Du musst du zu. Ich komm nicht. Nach links, rechts. Ja. Abandoned train. Ja. Ich kam nicht raus und ich war in Panik. Und dann war's das. Soll ich dich drücken? Ah. Stand by. Also. Taking the train. Use a joystick, bla bla bla, use a baseball to duck, bla bla bla. Nur noch eine halbe Stunde. Le Ducke will signal. He runs as you give him cover. Also das kleine Männchen. Mhm. If stop firing, he ducks for cover himself. Mhm. Deswegen, also wir machen's nicht ganz optimal, weil, ähm, mit diesem Doppelklick und ducken, das ist, glaub ich, eher ungewöhnlich. Hm. Willst du wieder? Ne, mach du doch nochmal. Du bist ja noch nicht weit gekommen. Aber weißt du jetzt, wo du immer gesagt hast, nicht die Luke, nicht die Luke. Ja, das Problem ist nur, wenn sie dann auch noch offen ist, dann hast du erstmal Panik. Ja, du musst halt den Knopf auch da gedrückt halten und zu donnern. Darfst nicht loslassen. Ah, das war der Punkt. Der Ostmeister sagt, if you try to run the bridge, the game will end. 20 Sekunden später, Dennis versucht, über die Brücke zu fliegen. Haha. Aber schön ist auch der Hof nicht. Lies den mal. Genau, Dennis hat den Zug alleine kaputt gekriegt. Der braucht gar keine Gegner. Jetzt hast du ihn. Ich habe ihn jetzt gedrückt gehalten. Okay, das habe ich natürlich nie probiert. Ich gebe es zu. Es geht ja viel schneller. Okay, jetzt haben wir es raus. Ich wollte halt Munition sparen. Ja, ja, ja. Ich kam gar nicht so weit den... Also ich habe gedacht, kurze Feuerstöße, aber... Klein bebraucht. 20 Sekunden schneller. So. Äh, halt. Erst die Bremse. Du kannst auch beides gleichzeitig. Das stört dich nicht so. Ja, die Bremse geht dann aber, glaube ich, könnte kaputt gehen. Weiß ich nicht. Station taken. So war das. Genau, das Meister. So, wir laden. Jetzt, Dennis, wollen wir sehen, wie du bremst. Mhm. Jetzt, ich erhöhe den Druck. Ich habe beim ersten Mal es gleich hingekriegt, zu bremsen. Ja. Mhm. Du bist ja auch gut. Außerdem hast du das viel öfter gespielt, als ich. Wurfgang sagt, Dauerfeuer war beim C64 meist die bessere Alternative. Ich habe gar nicht so weit gedacht. Ich habe gedacht, da kommt der Typ, dann denke ich mein Dings hin und gebe dann Dauerfeuer. Und das hat er aber gleich interpretiert als okay. So nicht. Ja. Dream Spy. Danke für die Fed. Langzeit Gedächtnis ist so eine Sache. Ja, genau. So. Vollgas. Ja. wenn es nicht darf man um das geschwindigkeitsfeeling zu kriegen ja man alles steht ja und das ist so wir fahren jetzt auch die grüne brücke zu ja du könntest nämlich theoretisch auch ich glaube sein anfang im cockpit hier am anfang konnte schon noch kilometer weiter am anfang du kannst nämlich nicht in die andere richtung fahren deswegen die hälfte der karte ist eigentlich irrelevant ist halt nur nett ist halt da ja so wir haben schon mal ein bisschen runter was zugeknallt denkt man du musst irgendwann stieg aufmachen jetzt gibt dir der kessel und macht die machte ziel oder so jetzt ich war ja höchstgeschwindigkeit jetzt erst den der schießt xander tag das sagt mit easy feste hoch es könnte aber sein mit den anderen geschwindigkeit dass die alle beiden ruten fest das ist denkbar möglich ja so der ganz links ja ganz links der es ist ja du musst auf dieses führer häuschen schießen sehr gut vorne und wer runter und kommt 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 nach schießen ist es warum denn es sehr gut das warst du klaus 12 sehr gut 1 das schaffst du war der war super der war super so bremse raus lösen trottel dings und gas geben richtig gut denn es richtig gut kanonen denn es gibt es auch wolfgang genau wollen wir einen zwischenspeicherstand anlegen ich habe weiß die taste nicht okay also wenn du das möchtest müssen wir es jetzt sofort dann machst du jetzt sofort wenn es geht so alt s und alt 11 was gut also gut mal jetzt ärgerlich wenn man da jetzt noch mal so geil es ist aber ich will ja hier weil sie bescheid verlierst auch druck wenn du ich wollte ja statt dem blow auch habe ich gedacht noch mal auf das soll ich mal vorne raus gucken wird das ist noch nichts weil da kommt flieger bin ich ja werden soll ich mal kurz die map aufrufen guckte lange strecke und dann kommt das station hier bleibe auch vollgas dennis hat nun to the metal das war jetzt hier in die front und 1 bis heute auch feuer sehr gut auch bleiben drauf bleiben gut hoffe dass uns die maschinen nicht um die ohren fliegt wir gehen mal wieder auf drei so mphs kurz vor durchschlag soll noch mal vorgehen sagt er jetzt sagt er dann kannst du mal nachschöpfen der druck gibt nach steam pressure low los throttle auch denn es gibt mal gas hier so in neun kilometern ist die station jetzt sieht er mehr an fünf kilometer noch ich würde in der tendenz langsamer machen weil ich ja schon am bremsen da warst du den reverse gehe hier ja das ist auch super wenn du mit einer eisenbahn vorwärts schießt mit was weiß ich wie viele kilometer pro stunde und rams den rückwärtsgang rein dann fliegt dieses getriebe um die ohren ja schon mal probiert hast du schaffst der nächste on the brakes so weichern alt so dass wenn es auf bleiben braucht bleiben weil er weiß ja dass ich hier spiele jetzt sind es um ab links nicht unseren handelbampel kaputt schießen denn der druck brauchen wir noch dann bei sehr gut läuft nichts reimt sich auf dennis doch tennis aber doch nicht denis ohne e denis so german command intelligence dispatch track out at beaumont until 3 am no stations in resistance hands and they're still making repairs allies near paris so was machen wir jetzt damit du musst wenn du die karte anguckst also wo wollen wir langfahren no stations in resistance hands wenn wir beaumont anfahren also sprich keiner keiner von unseren verdun ist kaputt und allies near paris also wir könnten zu den alliierten nach paris oder wir könnten beaumont aber dann ist es schwieriger keine ahnung press button weil wir müssen es gleich einfach nur aussuchen also warte ach so technics bridge technics station was machen wir technics station oder ich weiß die karte nicht mehr auswendig also wir geben jetzt gerade hier ähm dass die will take at three four ok ok dass wir nach anna will fahren klein verbaut so und um drei uhr vier an der sind wir jetzt irgendwo sein an anna will mal gucken ich weiß es wirklich nicht denn das ich drück mal hier ja also er muss ja erst leaving station machen station taken ja ja und lennoxus sagt mit mausen wie großartig ja telegrafen amt wenn wir mal die vier drücken wollen Wahnsinn was hat das spiel damals gekostet du lässt mich ja ja so wir sind da genau und next station ist anna will das ist schon richtig ja wir fahren jetzt da gucken wer da repairs und hier runter wenn der senkrecht wir müssen die senkrechte strecke aber wir müssen wir dürfen nicht vor drei uhr vier ankommen war es doch ja so nein das war schlecht Argen hat eine taste gedrückt die irgendwas gemacht hat das drückt mir leid ich habe F3 gedrückt und nicht 3 ja nur was macht F3 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 hat eine Auswirkung im Spiel Dennis die F-Tasten machen warte to toggle the sound on and off ah ok dann also wir haben gar nicht pausiert ich dachte nur nein nein das war keine Pause Space ist Pause ja was sind die roten Linien keine Ahnung jetzt roten Linien der Karte wahrscheinlich ähm ähm äh Straßen die Straßen dort wo wir hinfahren brauchen wir keine genau Straßen das war von was äh Back to the Future genau unser Wasservorrat nimmt auch ab enemy fighter attack and rear diese aufpacken du hast mich abgelenkt front der Druck nimmt ab du musst die Temperature das war viel zu low ja jetzt läuft es um zu machen damit nach oben geht also wir kommen jedenfalls nicht zu früh ne kann auch nicht mehr soweit sein eigentlich enemy fighter attacking front hab ich hab ich hab ich hab ich kann schon mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen bisschen ist gut station in 5 du kannst auch speed and low auf länger lassen das ist nur ein Kilometer das ist schon hart am Limit aber sind wir nicht da oder sind wir vorbei gefahren oder ne ist noch nicht da das heißt wir müssen doch noch ein bisschen vorwärts fahren soll ich mal nach vorne gucken jetzt nicht bist du sicher dass wir nicht vorbeigefahren sind vier vier switch wir sind vorbeigefahren müssen wir dann zurück weiß ich nicht paar weiter dann wird der links muss umgestellt werden achso dann fahr zurück wird jetzt an der switch gezogen also die die wusste du musst hat eine switch anhalten oder wollen wir die lass mich kurz gucken wir hatten wir wollen aber senkrecht runter nicht nach rechts machen wir da ja aktuell ist auch rot oben ja das ist weil das kaputt ist weil es noch nach aber da geht das stand ja aber da ist kaputt nicht zu viel geschwindig aber auch ne muss ich um sechs kilometer schon ist nicht ganz einfach hier wenn es temperature low at coal das ist jetzt erstmal egal temperature low können wir jetzt ziehen auch müssen wir doch zurück zur stadt dann musst du rüber hast und dann ist es tut mir leicht dann man sieht aber in der spiele grafik nichts wir sind an der richtigen stelle wir wollen runter ja steam pressure high blow of steam ja dann fahr zurück dann tut mir leid knall den reverse mine und fahr los ja dann alle maschinen volle kraft zurück ja